Die Weigerung, die Verhandlungen fortzuführen, hat alle überrascht. Und es war nicht unsere Entscheidung, den Prozess abzubrechen. Das war anders vereinbart. Das ist die alleinige Verantwortung der Regierung in Athen. Und deswegen blieb der Euro-Gruppe heute gar nichts anderes übrig, als einmütig festzustellen, dass unter diesen Umständen keine Verlängerung des Programms möglich ist, das ja am 30. Juni endet. Griechenland kommt. Wäre das oder ist das aus Ihrer Sicht eine Abstimmung oder eine Entscheidung? Wir sind uns völlig klar, dass wir alles tun werden, um jede denkbare Ansteckungsgefahr zu bekämpfen, die Eurozone, die Europäische Währungsunion.